Willkommen zurück bei Let's Play Conker's Bad Fur Day, und wir holen jetzt den Chi! Keeser! Wo ist Samson nur? Keeser! Ah shit, ah, komm! Ach hinne! Wir müssen nur eilen! So! Samson! Das war toll! Oh, oh, ich würde noch einen, ist das okay? Ah, der Zerban ist wie die absolute Hinterwäldler-Rattenmaus! Oh, das war nett! Wir möchten noch einen haben! Oh, fuck! Ich habe zwei, ich habe zwei, ich habe zwei, ich habe noch mehr Chocolate! Ich habe noch einen! Was? Ich habe noch einen! Ich bin schrecklich? Ja! Ich habe noch einen Schockhart! Ich werde gerne ein Schockhart! Ach! Ich hatte viele Schockhart! Ich habe ein Schockhart! Schockharthart! Schockhart! Ja! Mach! Oh, nett! Marvellous! One more should just about do it! Oh, wo ist denn hier Schokolade? Ist hier keine Schokolade, Junge? Scheiße... Speichern! Okay... Nirgendswo... So... So... Chocolate rain is seeing them... Oh, so knif... Käse! Oh, so knifst! Oh, so knifst! Oh, so knifst! Oh! Marvellous! I think what am I doing? Tell Hier! Friss und platze! Äh! Alter! Hm, wieso gibt's keine Schokolade für mich? Ich bin jetzt tot, weil ich da runtergefallen bin! Oh! Nein! Ich, Idiot! Ich melde mich gleich wieder! So! Speichern! Was ziehe ich da oben? Nein, noch nicht. Over where? Nein, das sieht wirklich koscher aus. Ja, wo kann ich denn hier rein? Oben, oder was? So weh, ich geh drauf. Das wird mir nicht gut passen. Ihhh! Da ist... der Kot, da ist ein Schokostück. Kann ich denn so weinen? Nein! Ich will auch nicht mit dir kämpfen, ich will dein Schokoladenstück haben! Jetzt will ich mit... Ey! Die schokoladenstück. Nämlichen... Oh, ich soll nicht mit dir werfen. Okay, dann geh ich mal weiter. Noch ein Schokoladenstück! Anscheinend kommen diese oft wieder. Hey, hier! Hey! Sonst wird sie mit mir! Ich probier's doch! Aber irgendwie macht er nichts! Oh nicht! Gibt's doch gar nicht! Sooo... Ich bin verwirrt! Wie kann ich denn auf dich drauf? So! Ah, goddammit! Erstmal ein Schokostück... Woah! Kann ich da hinzuhören? Kann ich da hinzuhören? Das gibt's doch nicht! Okay, kleine Pause! Ach sooo! Ah, bin ich ein Idiot! Ich hab's doch sogar selbst schon längst gesehen! Ich bin einfach nicht drauf gesprungen, what the fuck! Ah, na komm! Ich hab's doch nicht drauf gesprungen! Ich hab's doch nicht drauf gesprungen! Sooo... Und ich bin auf dem Dach, man! Natürlich! Jetzt hab ich mir das Geld! Mit Cash! So, du willst ein paar große Sachen? Ja! Ja! Ich denke, die Welt ist auf mich! Ich werde heute Nacht tanken bekommen! Hehe! Du hast doch erst den Mega-Kater gehabt und heulst die ganze Zeit rum, dass du nach Hause willst! Und jetzt willst du noch mal saufen, oder was? Ich verstehe einer dieses komische Eichhörnchen! Du hast jetzt mal schöne Geschöhnchen! Also wenn ich mal richtig besoffen war... Dann... Okay, doch! Es ging klar! Aber bevor wir da rein gehen, möchte ich jetzt hier ein bisschen... Verdammt! Macht nichts! Macht nichts! Wir müssen runter! Du, das war knapp. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Take Contact Back Urday mit eurem No Skill. Bis dahin, auf Wiedersehen und macht's gut. Ciao. Ciao.